Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, was hilft bei Überforderung? Also was hilft Überforderung? Was unterstützt dich dabei? Was kann dich dabei unterstützen? Da wieder in eine innere Harmonie zu kommen. Es ist so, dass Überforderung die unterschiedlichsten Ursachen haben kann. Das ist ganz individuell. Das geht auch in unterschiedliche Bereiche hinein. Es kann die Ursache haben, dass man sogar Burnout hatte, je nachdem wie Burnout definiert ist. Das hat ja eine bestimmte Definition von ärztlicher Seite her und ich bin kein Arzt. Und maße es mir daher auch nicht an, da zu sagen, was ein Burnout ist oder nicht. Da gibt es andere Experten, aber nicht mich. Dann gibt es auch die Ursache von Traumata, dass man traumatisiert ist. Ja, es gibt sogar Experten aus dem psychologischen Bereich, die meinen, in Wahrheit hat jeder irgendwo ein Trauma. Ja. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein Psychologe. Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man hochsensibel ist. Ja. Vielleicht bist du hochsensibel. Ich bin hochsensibel auf alle Fälle. Ja. Und dass einfach so viel gespürt wird und so viel gefühlt wird, so viel wahrgenommen wird, ja, dass es wir verstärker ist, sozusagen, wie man die Welt wahrnimmt. Ja. Und ja, dann ist für manche, wenn man es jetzt so vergleicht, mit einem Musikinstrument, für manche Menschen ist ein bestimmter Ton auf der Skala 1 bis 10, wobei 1 die geringste die geringste Lautstärke ist und 10 die höchste ist, ist für manche Menschen einfach ein Ton auf Stufe 1. Und für einen hochsensiblen Menschen ist es auf der Skala, ja, ob sieben aufwärts, ja, dasselbe Ton einfach aus dem Faktum heraus, ja, dass der Mensch, vielleicht auch du, ich kehre auf alle Fälle dazu, hochsensibel ist, ja. Und natürlich, klar, ähm, wenn, wenn da gewisse Hintergründe bereits wirken, zum Beispiel Traumata, Hochsensibilität oder ein durchschrittenes Burnout-Syndrom, ja, naja, dann ist es sicher bekannt, wie sie Überforderung anfühlt, ja. Und da gibt es natürlich auch Graubereiche, ne, das heißt, es gibt einfach, dass man sich gestresst fühlt, ja, und dann gibt es eine Skala nach oben bis hin zu körperlichen Symptomen, ja, so dass man seinen ganz normalen Alltag in dieser Form nicht mehr leben kann, sondern wirklich massive Veränderungen, ähm, anbringen muss, aufgrund dessen, dass es einfach zu viel ist. Überforderung ist immer eine Forderung, die zu viel ist, ja, also eine Anforderung oder mehrere Anforderungen, die eben drüber sind, Überforderung, ja, wie der Begriff schon sagt. Und das kennst du sicher, du hast es sicher auch schon erlebt, sonst hättest du jetzt da gar nicht draufgeklickt, wenn du dich da nicht angesprochen fühlen würdest. Also es ist auch für diesen Beitrag jetzt von mir, gar nicht von Belangen, was der Background ist, ja, und in welchem Lebensbereich du dich überfordert fühlst, vielleicht sogar bis hin zu körperlichen Symptomen bereits, ja, und ich bin durch so eine ganz massive Phase durchgegangen in meinem Leben, ja, und habe dadurch die Erfahrung machen dürfen können, ja, wie sich das angespürt und da rede ich aber jetzt nicht von einem kleinen Stresspunkt, sondern, ja, es ging wirklich in körperliche Symptomatiken, wo aber von ärztlicher Seite her nichts Organisches gefunden wurde, aber es sich sehr wohl, sehr wohl körperlich fühlbar war, ne? Und ab dem Zeitpunkt, ähm, galt es einfach eine Lebensumstellung, die sehr massiv war, ja, einfach durchzuführen, auch damit ich meine Berufung als Energetikerin und einfach im spirituellen Bereich auch weiter vollziehen kann. Und ich, äh, entschied mich damals aus unterschiedlichsten Gründen auch, also keine medikamentöse Begleittherapie zu wählen, ja, das heißt aber jetzt nicht, dass du das genauso machen sollst, sondern ganz im Gegenteil, lass es bitte einfach abklären, je nachdem welchen Ursprung Überforderung bei dir hat, das weiß ich auch nicht. Ich kenne dich nicht persönlich, ja, und, ja, ähm, das ist ärztlich abklären, ja, das ist ganz wichtig und dann entscheide gemeinsam mit einem Arzt oder Therapeuten oder Psychologen, wie auch immer, welchen Weg du wählen möchtest, oder welcher Weg auch, einfach von der, von der Diagnose her, dann, ja, einfach der, der Beste ist für dich und in deiner Situation, ja. Ich hab also damals, ähm, eben ohne medikamentöse Begleitung bin ich da durchgegangen und, das hat auch damit zu tun, dass ich das so gespür, meine ganz persönliche Wahrnehmung, dass, äh, man energetisch arbeitet und für andere Menschen da ist, so wie es also bei mir seit vielen, vielen Jahren der Fall ist, ja, äh, ja, ja, Medikamente auch die Wahrnehmungsfähigkeit verzerren können, ja, die man regelmäßig einnimmt, ne, das ist meine, meine Wahrnehmung, und daher, das war ein Grund, ja, von einigen, wo ich gesagt hab, nein, das, also das, das bringe ich auf andere Art und Weise ins Lot, ja. Es war, in meinem Fall waren es verschiedene Säulen, die über sehr viele Jahre zusammengespielt haben, und, also, es hat sich langsam, langsam aufgebaut und hat mich in Wahrheit auch gar nicht überrascht, weil ich ja weiß, was da alles Thema war, über längere Zeit, und ich sag, ja, auch wenn man noch so sehr an seinen Themen arbeitet, transformiert, etc., ist man dennoch aus Fleisch und Blut und hat seine Grenzen, und wann die aufgrund von verschiedenen, ähm, Gegebenheiten, die von außen kommen, ja, Schicksalsschläge, oder, ähm, vielleicht, ähm, Gegebenheiten, die man jetzt gar nicht direkt beeinflussen kann, die aber Stresspunkte darstellen, ja, ähm, dann, ja, kann es einfach an jedem Menschen einfach mal zu sein und über die Grenzen drüber gehen, und zwar massiv, ja. Das ist also menschlich, das ist einmal der erste Punkt, ja, dass du, wenn du überfordert bist, dich nicht genierst, dich nicht schämst, ähm, sondern es, es darf sein, ja, dass dann manchmal zu viel ist, und zwar richtig zu viel, und dass man dann nicht mehr so, unter Anführungszeichen, funktionieren kann, wie bisher, dass da, da, es ist, es ist menschlich, dass da Grenzen sind, und es gibt Phasen im Leben, wo, äh, so viele Dinge in kurzer Zeit zusammenkommen, beziehungsweise über längere Zeit zusammenkommen, und immer noch eins drauf, und immer noch eins drauf, und man kommt mit dem Verarbeiten gar nicht mehr immer gescheit mit, weil man die anderen Alltags Anforderungen auch zu meistern hat, ja, dass einfach mal der Punkt kommt, wo das Heferl übergelaufen ist, ja, wo das Fass voll ist, und wo es eine Umkehr braucht, damit, damit sozusagen die, die Wogen sich wieder glätten, ähm, und man von dieser überforderten Situation der Zeit einfach, ähm, wieder in, in eine innere Ausgeglichenheit kommt, der, der Batterie, die man hat, ja, also vom Kraftpensum her, ne, ne, eine Überforderung, ja, 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 unabhängig davon, welcher Background da bei dir ist, resultiert ja aus dem, dass man über die Maßen Kraft gegeben hat, ja, und zwar so viel Kraft, wie es nicht vorhanden war, ja, und das kann sich langsam gesteigert haben, das ist ja meistens so, das steigert sich ganz langsam, unmerklich, und auf einmal, ja, geht nichts mehr, ne, und, ähm, insofern ist es so, dass du das erste Mal als menschlich ansehen darfst, du darfst überfordert sein, es darf dazu sein, und, ja, es darf ja sein, dass du übersehen hast, dass du deine Grenzen selbst überschritten hast, über längere Zeit, oder, dass du es zugelassen hast, dass andere deine Grenzen überschritten haben, oder dass einfach die Zeitqualität gewisse Schicksalsschläge, umstände dich in eine Überforderung gebracht haben, das ist menschlich, das ist menschlich, das darf sein. Ich kenne sehr viele Menschen, deswegen betone ich das so, die, äh, ähm, ja, einfach überfordert waren, oder sind, oder, ja, es ist einfach eine Zeit, in der wir leben, da ist alles schneller, 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 mehr, 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 und das ist natürlich gemacht dafür, dass der Mensch und sich das nicht auf Dauer aushält, ja, und insofern können das ja viele Menschen sprechen, aber nicht immer drüber, weil es eine Schwäche oftmals eingestuft wird, ja, und, ähm, bei mir war das damals auch so, wo es am Anfang war, mein Gott, nein, ich hätte es ja abstoppen können, also ich, wo ich ja so, ähm, also viele Menschen unterstütze mit meinen spirituellen Fähigkeiten, ja, dass mir das passiert, ja, und dann habe ich aber zurückgedacht und hab gesagt, ja, ich weiß ja, wie, was alles passiert ist, und welche Herausforderungen da über Jahre waren, und auch, wie ich das immer wieder transformiert habe, und geheilt habe, und erlöst habe, und so weiter, mit den, mit den Themen wirklich gewidmet habe, aber wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel, und das darf auch dir passieren, unter Anführungszeichen, das ist menschlich, also das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weißt du, damit sich das System überhaupt entspannen kann, dass da nicht der große erhobene Zeigefinger ist, und sagt, also, dass dir das passiert, ja, also, so schwach bist du, ne, weißt, ne, sei doch stark, jetzt beiß die Zehn zusammen, ne, na, das hat nichts mit Schwäche zu tun, dass einfach mal, die Batterie leer sein darf, die berühmte Sache von Aktion und Regenerationskraft, ja, also Yin und Yang, männlich und weiblich, ja, und das, was man tut, hat einfach in unserer Gesellschaft, im Moment, wer weiß, wie es in der Zukunft ist, ja, mehr Wertschätzung, ja, man fragt einander, was hast du heute getan, die wenigsten fragen, und hast heute entspannt, ja, hast recht viel geschlafen, also die wenigsten, ja, natürlich gibt's das, ja, aber es ist so, dass auch, ähm, sozusagen, sehr viel an der Leistung, an dem, was man tut oder getan hat, gemessen wird, ja, das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber diese Balance fällt, ne, es wird quasi das, was man getan hat, das ist super, toll, also, je mehr man tut, toll, super, und, äh, dieses, wenn man nichts tut, die Regeneration, das ist, das wirkt auf sehr viel Menschen ein bisschen so irritierend, ja, aha, nichts tun, und nachdem das in unserer Gesellschaft schon, äh, also ich spreche vom deutschsprachigen Raum, ja, wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, ich bin aus Österreich, und ich kann daher, ja, von da sprechen, und vom deutschsprachigen Raum, so wie es ich wahrnehme, und, äh, klar, wenn man in so einem kollektiven Feld lebt, macht das was mit an, ja, und nach diesem ersten Schritt, dass das sozusagen auch mal sein darf, das, das, das man übersehen hat, dass man über die Maßen gegeben hat, aktiv war, zu wenig regeneriert hat, ja, dass einem das unter Anführungszeichen auch passieren darf, ja, dass das menschlich ist, nach diesem Bewusstseinsschritt, äh, äh, möchte ich da sehr, sehr gerne, ähm, drei Alltagsideen mitgeben, die dir, ähm, die dir unterstützen, äh, vielleicht mal da hinzuschauen, damit, ähm, sie das System schneller erholen kann, entspannen kann, und aufdanken kann, und drei energetische, ähm, Tipps, Anregungen, äh, wo du, so hoffe ich, ja, einfach ein bisschen Unterstützung hast und gewinnst, ja, wir beginnen mit diesen, äh, Ideen für den Alltag, Überforderung entsteht, also hat viele Gründe, ja, bei Überforderung, äh, ist unter anderem ein ganz wesentlicher Faktor, soweit meine persönliche Erfahrung, das Tempo. Also, wenn was so schnell sein muss, sofort, vorgestern am besten, ja, und dann noch vieles zusammenkommt, und da unterstützt es auf alle Fälle, mal nicht einen Gang zurückzuschalten, sondern am besten gleich zehn Gänge zurückzuschalten, das Tempo zu verringern, bis hin einmal, falls es dir möglich ist, ja, wirklich eine Auszeit zu nehmen, wenn es dir möglich ist, ja. Ja, in meinem Fall war nur ganz, ganz, ganz kurze Auszeit möglich, aus unterschiedlichsten Gründen, das heißt, ich habe das wieder ausbalanciert, im normalen Alltag, ja, das dauert natürlich viel länger, ja, wenn man die ganz normalen Anforderungen parallel weiterhin meistert, aber, ja, dann dauert es halt länger noch. Das heißt, es ist ja im normalen Alltag möglich, ja, Tempo, Tempo, also der Faktor Zeit, ja, das, dieses Tempo, diese Schnelligkeit, schau mal, wo es bei dir ganz besonders schnell gehen muss, und wo du es verlangsamen kannst, ja, gibt sicher einige Faktoren. Der zweite Faktor ist, dass bei einer Überforderung oftmals die Information, oder das, was so reinkommt, ja, so auf einen einprasselt, zu viel ist, in zu kurzer Zeit, so, dass das einfach der Overload ist, ja. Das heißt, schau dir mal hin, wo du das, was auf dich einprasselt, das können Nachrichten sein, das können sonstige Medieninformationen sein, das können von sozialen Netzwerken sein, das können Anrufe sein, das können sonstige Nachrichten sein, die auf dich einprasseln, ja. Einfach in Putz, ja, die du minimierst. Es ist gar nicht so leicht, aus diesem Radl auszusteigen, ja, also, mir ist es nicht leicht gefallen. Das ist wirklich, ähm, hinschauen, ja. Vielleicht mal, nicht drei Stunden Nachrichten schauen, sondern zehn Minuten die wichtigsten Infos, und dann, ähm, ja, vielleicht zeitiges Schlafen gehen, im Wald spazieren gehen, so wie es ich jetzt mache, ja, so. Schau dir mal hin. Denn der dritte Tipp für einen Alltag, den du gut einbinden kannst, so hoffe ich, ist, so, äh, Punkte, wo du den, deinen Akku, deine Batterie, dein System wieder aufladen kannst, ja. Und das ist bei dir sicher was ganz anderes, als bei mir. Mitunter verändert sich das auch im Leben, ja. Aber es sind, äh, Dinge, die du tust, da kann er dabei sein, zum Beispiel schlafen, ja. Also es muss jetzt nichts, die große Leistung sein, überhaupt nicht, ja. Das kann sein Singen, das kann sein Waldspaziergung machen, ja. das kann sein Malen, ja. Aber es sollten Dinge sein, die, wo du weißt, wann du das machst, und vielleicht hast du so einiges schon lange nicht gemacht, ja. Es kann sein Schwammel suchen gehen, ja, wann das ihr Sohn danach ist, oder, äh, in den Wald gehen, äh, Waldkräuter suchen, und finden, ja. Das können wirklich die, die würdesten Dinge sein, das kann sein, ich weiß nicht, ob du Mann oder Frau bist, oder als Frau bist du vielleicht Nägel lackieren, ja. Das klingt jetzt zu eigenartig, vielleicht, aber etwas, wo du sagst, ma, das ist, das tut mir einfach gut, ja. Und es ist umso besser, je alltäglicher diese Dinge sind, ja. Und notiere das, ja. Also ich habe mir sogar ein großes Bild gemalt, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Wirklich schön drauf gemalt. Das hängt ganz groß bei mir daheim, damit ich das nie vergiss. Es sind so Anker, ja. Und gut ist auch, oder empfehlenswert von meiner Seite ist, wenn du, ähm, wann das Dinge sind, die du alleine umsetzen kannst, ja. Es ist oftmals so, dass gerade in Zeiten der Krise, und das ist eine Phase, wenn du total in der Überforderung bist, ja, bist du einfach nicht belastbar. Du reagierst vielleicht auch anders auf Situationen oder auf Menschen, ja. Also nicht so geschmeidig, ja, nicht so belastbar eben, nicht so wie sonst, ja. Und mitunter kommt es vor, dass sich dann Menschen, naheständige Menschen, Freunde, ihr immer abwenden, ja. Aus welchen Gründen immer. Das mag ich jetzt gar nicht erörtern, weil das würde jetzt zu weit führen, ja. Aber man hat dann mitunter das Gefühl, man steht ganz der Lado. Auf einmal sind alle weg, ja. So hat man mitunter den Eindruck, ja, kann sein, muss nicht sein. Aber damit du dafür gewappnet bist, ich kann ich so weiter, jetzt ein bisschen bergauf gegangen bin, nur, dass du nicht wunderst. Damit du gewappnet bist, dass du sagst, okay, ich kann meine Kraftquellen, das, was mir gut tut, das, was mir Kraft gibt, das kann ich selbst jederzeit machen, also ich kann dafür Sorge tragen, ja. Und das ist cool, Du bist unabhängig, ja. Ja. Und das natürlich auch umsetzen. Das ist klar. Das ist das nächste, ja. Umsetzen, so ist das natürlich auch. Und dann schau einfach, wie es dir damit geht, ja. Und das ist natürlich ja langfristig, also nicht nur einen Tag, sondern wirklich über längere Zeit und dann schau, wie es dir damit geht und jetzt gehe ich über in den energetischen Teil. Und zwar, was du energetisch machen kannst oder wo du hinschauen kannst, ja, wenn du dich überfordert fühlst, du in einer massiven Überforderung steckst oder in so einer Phase, ja, aus welchen Gründen immer und egal in welchem Lebensbereich, der erste Punkt ist, dass es sein kann, dass du vielleicht Fremdenergien übernommen hast, meist unbewusst, was heißt es, wenn dir der Begriff gar nichts sagt, das heißt, dass du fremde Energien unbewusst an dich genommen hast, übernommen hast, für jemand anderen austrägst, ja, vielleicht kennst du das auch, oder du hast mit jemandem gesprochen, in der Firma oder privat, und eigentlich ist dir gut gegangen, wie du ins Gespräch reingegangen bist, und dann, nach einer halben Stunde, bist du komplett müde und fertig, und die andere Person ist putzmunter, da denkst du, pff, was ist jetzt los, ne, also da kann es sein, dass du Belastungen von der anderen Person an dich genommen hast, ja, unbewusst, ne, so, jetzt ist es so, nachdem ich es eh schon betont habe, öfter, unbewusst, ist es ja nicht, so zu sagen, gleich am Schirm bei dir, das heißt, wenn du Überforderung spürst, oder ein sehr, ähm, sehr viel Stress spürst, dann wäre es mal vielleicht eine Möglichkeit, energetische Reinigung zu praktizieren, und dann zu schauen, wie es dir geht, und es kann sein, dass du, dass das dann viel leichter ist, ja, dass der Stresspegel vielleicht sinkt, und dann, weißt du, mhm, du hast einiges übernommen gehabt, und einiges war gar nicht deins, einige, also Anforderungen, Belastungen, war gar nicht deins, ja, es kommt vor, dass man das einfach unbewusst, diese, diese, ähm, Energien anderen Menschen abnimmt, ja, und dann trägt man zu viel, und dann ist ja kein Wunder, wenn man überfordert ist, ja, weil, dann ist das zu schnell zu viel, das ist einmal, also da kannst du googeln, wie reinigt man sich energetisch, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele, ja, der zweite Punkt, wo du hinchen darfst, ist, die Erdung, und zwar, wenn du überfordert bist, ja, in einer überforderten Situation, oder Phase, dann spielt sich das oft so an, wie wenn es an den Boden, unter den Füßen wegzieht, ja, es ist wie wenn man, also wenn du sehr sensibel bist, dann merkst du es auch, das ist wie wenn, die Knie zieht dann, und wie wenn du da über den Boden schwebst, ja, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist dann echt so, ja, das ist wie, es hat da die ganze Bodenhaftung rausgerissen, ne, und dadurch, ja, ist dann umso schwerer, ja, dass du die wieder spierst, dass du wieder handlungsfähig bist, und, und deine Kraft vor allem wieder spierst, ja, und deine Ruhe, ja, wenn du gut geerdet bist, dann empfindest du so ein Getragensein, Sicherheit, ähm, und genährt sein auch, ja, und du wirst es kennen, wenn du eben so in so einer Überforderung steckst, da ist Unsicherheit da, da ist, man fühlt sich nicht in den Rock oder nicht in den Hemd, ja, und, äh, also, da ist gar nichts mehr mit Gelassenheit und mit Sicherheit, ja, die Erdung kannst du natürlich stärken in der Natur, ja, so wie du jetzt gerade durch den Wald spazierst, ist es schon dämmerig und fast finster, ich habe schon die Taschenlampe aufgedreht, ja, aber ich liebe das am Abend und, ähm, ja, einfach den Waldboden zu spüren oder die Bäume, die die da umgeben, die Aura der Bäume und, ähm, da wirklich einzutauchen, das stärkt der Erdung, ja, weiters auch, ähm, nahrhaftes Essen, ja, also auch der Prozess des Kochens und natürlich die Qualität der Lebensmittel, ja, äh, vor allem alles, was unter der Erde wächst, ja, Wurzelgemüse, stärkt energetisch gesehen die Erdung, ja, ist klar, was unter der Erde ist, ja, Qualität natürlich sollte top sein, ähm, ähm, ja, auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kannst nicht in den Wald gehen, es ist nicht möglich, dass du in die Natur gehst, dann vielleicht auch ein Bild, ein Foto von der Natur, von einem wunderbaren Baum, ja, auch Farbtöne, die, die der Natur angeglichen sind, also wie grün, braun, Töne, ja, also einfach wie es im Wald ist, ja, unterstützt die Erdung, ja, aber noch vieles mehr. Und der dritte energetische Tipp, die dritte energetische Anregung meinerseits, und damit sind wir auch dann schon beim Ende angekommen, ist, ähm, die Zentrierung. Wenn du überfordert bist, oder in einer überfordernden Phase deines Lebens, dann ist es eigentlich immer so energetisch gesehen, dass du aus deiner Mitte bist. Und, ähm, wo ist deine Mitte? Wenn man jetzt die sieben Hauptchakren hernimmt, ja, das erste beginnt mit dem Wurzelschakra, und das siebte ist das Kronenschakra, also am Scheitel, ja, dann ist das das Herzchakra, ja, das vierte Chakra ist das Herzchakra. Das ist im Brustbereich, ja, das ist deine Mitte, ja, und das, was ich jetzt ganz stark da habe, weil man kann auf unterschiedlichste Arten und Weisen, ja, seine Mitte, und dass man in seiner Mitte ist, stärken, ja, aber das würde den Rahmen komplett sprengen, da. Das heißt, es sind wirklich so Anregungen und Tipps, die du vielleicht, ähm, sehr leicht, oder sehr schnell auch umsetzen kannst, wenn du möchtest, ja, ist das Symbol des Herzens, ja, oder dass du beide Hände auf deinen Herzbereich legst, aufs Brustbein, ja, es ist jetzt nicht das organische Herz gemeint, sondern das Herzchakra, ja, und das ist auch im Rücken, ja, also im Herzbereich, Brustbereich, ja, streut das Herzchakra nach vorne, und seitlich und und nach hinten, ne, das Symbol des Herzens, ja, habe ich erwähnt, dann die Farben, Lindgrün und Zartrosa kombiniert mit Weiß ist da, vielleicht mäust du dir mit diesen Farben ein Herz, ja, wenn du die beiden, deine beiden Hände auf deinen, ja, das Brustbein so legst, ja, dass du so ganz in deiner Mitte bist und vielleicht dazu dir mindestens dreimal sagst, ich bin in meiner Mitte, ich bin in meiner Mitte, ich bin in meiner Mitte, und als zusätzliches Symbol das gleichschenkeligere Kreuz, gleichschenkelig, ja, das unterstützt bei der Zentrierung, vielleicht magst du damit Wasser aufladen, ja, das heißt, einfach ein gleichschenkeliges Kreuz auf einen Zettel aufmäuen und ein Glas Wasser draufstellen und das dann schluckweise trinken, ja, ähm, ja, und Wasser ist sowieso ganz wichtig, bringt energetisch in Fluss und wieder ins Fließen und schwemmt auch fremde Energien aus, ja, wie gesagt, es gibt so, so viel Anregungen und Ideen, vielleicht, ähm, mache ich dazu auch nochmal einen Beitrag mit weiteren, ähm, Ideen, ja, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung und, ja, es wird mich total gefreut, wenn du da die eine oder andere Anregung mitnehmen hast, kennen, zur Umsetzung und probierst es einfach raus und schaust, wie es ja damit geht und, ja, wie gesagt, es soll jetzt in keinem Fall irgendeinen Therapeuten oder Arzt, ähm, in keinster Weise ersetzen, gar nicht, ja, das sind meine ganz persönlichen Erfahrungen und, ja, vielleicht gibt es nochmal einen Beitrag, wo dann noch mehr Tipps kommen und Anregungen und Möglichkeiten, die du vielleicht für dich umsetzen kannst, wenn du möchtest. Ja, das war's, ich verabschiede mich an dieser Stelle, viel Segen für dich, Stella.